Joa, moin, moin, sag mal. Denn wollen wir mal verreisen, ne? Joa, hier musst du halten. Speichern im Ladewettbewerb. Joa, verstehe. Laadalade, 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 b셨zu. Dann nützen wir mal hier lang. Mit dem riesigen Kahn. So, dann brauchen wir mal so ein paar Eisenbäumchen mulmieren Ömms 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 Was ist denn überhaupt so rum mit dem riesigen Schiff hier nochmal? Ja Aley Hopp Naja Dann lass mal hier den Bäumchen Mhh Können wir den eigentlich fällen? Ja, brauchen wir aber gar nicht Ihr tragt zu viel Ich verstehe So, dann können wir ja auch gleich mal nennen Huiiii Ja Nun nicht weiß Äh Äh Mhh 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 So, Riese Achso So, ich sollte es vielleicht mal ablegen Ja, vielleicht ne Idee Wo haben wir ne Mal hier Ob sie den Körper auch wissen So, das ist auch ein paar Schiff Wachstum Lala 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 Zerknästchen weiter. Wo sucht die? Ja, dann schauen wir mal da drüben. Wobei der drückt mir so erfolgreich, da wie er aussieht, ne? Ahja. Ja, dann schauen wir mal da drüben. zieh rum hier in den Kamerl alle 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 hopp alle alle hopp so wo gibt's denn vielleicht irgendwo zum Mitleben mal mal dann Den Abfahrten. Brauchen wir noch ein bisschen Eisenbäume. Und ein bisschen Eisen können wir ja auch. Wenn wir mal was schon mal hier sind. Schauen wir mal. Was da so geht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Die Frage, wo ist denn hier so was? Außer der da. Na ja. Die Schlange ist totes wieder hier. Nun gut. Ja, ist klar. Warum sollte es doch nicht regnen? Hat ja schon eine Zeit lang nicht mehr regnet. Ja. 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 Also nicht, dass wir das gut gefräuchten haben. Nein, die Achse ist kaputt. Das ist jetzt aber auch noch ein bisschen. Na toll, dann schauen wir mal ob noch ein bisschen Eisen da ist, ansonsten können wir ja wieder zu dümen. Ach Mann ey, was für Hund und Katzen die haben wir auch. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na Dieser Lübe! Dieser Lübe! Schnell lang hier! So, irgendwo hier war das ne? Oho Hm, komm mal da oben runter, sag ich dir! Ja, komm mal her! Als ob ich schon wieder zu wem war, dann nehmen wir auch noch was zur Höhle! Oh, jetzt aber! Oh wow, eins! Hat ja richtig gelohnt! So! 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 So, mal besser als Jahr genauer! Tralali! Tralala! So! 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 das Grundjurist von dem Bauprojekt vielleicht erstmal mit dem etwas günstigen Baumaterial bauen und dann hinterher verbessern? Das wäre natürlich auch ne Option. Ne Option. Ja, nun, da kommt jetzt mal nie ran von hier aus. Das ist schon mal sowas. Ja wohl. Komm herr, ich schlai, ich schlai, ich schlai, ich schlai. 5 Stunden braucht er für die Rücktour? Ok Hat er für die Innentour eine 2 Stunden gebraucht? Sehr seltsam Sehr, sehr seltsam Farming Level 6 Erstmal zurückgekommen Und er sagt Das wächst ja alles noch Das wächst Und je died So Halt, erst mal hier 10 Dit Dit So, Äste Äste, 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 Äste Kommt hin Oh, einfach da rumfeuern Ja, ja, jetzt verrückt ihr mal Bleib mal locker Guck mal, kann man ja eigentlich gleich so mit denen draus machen Sag mal Viel Stück kriegen wir aus unserem Ding raus, ok Vier Stück Wäre schön, wenn man hier, äh, eine Auswahl auswählen könnte Der, äh, ein Träumchen Haben wir noch ein Kaffee am Start hier irgendwo Ja Dann, trinken wir hier ein Stück draus Ohne schlafen Bis nur Jawohl, drinnen Sehr praktisch Da Ja La 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 32 Stück haben wir davon Oh Mann. Ja, merkt man fast ja nicht. Ja. So. Halt. Ist hier schon mal drinnen? Hm. Coole Sache. Alle, jopp. Jopp. Äh, zu langsam. So, dann hol man den Haar raus hier und dann... ...tun mal ein bisschen rumgewerkelt. Mann, der Regen ist aber heute wieder, ne? Kann man ja richtig entspannen dabei. ...tun mal ein bisschen rumgewerkt. Putas, das ist schon vorbei. Das wird auch nur ein ganz kleiner Trösschen. ...tun mal ein bisschen rumgekommt. Ich bin ja schon wieder. Ja. Das Ding nur und dann sollten wir vielleicht mal schlafen jetzt mal. Jo, was ist denn das? Vor allem... Oh, wir haben kein Eisen mehr. Nein. Was mache ich denn damit mal? Oh, hier liegt auf jeden Fall noch was drin. So, das ist immer voll. Was ist mit hier hinten? Nee. Jo, da geht auch noch ein bisschen was drin. Schnell mal alles voll machen. Jawohl. So. Und aber weg. Hm. Haben wir noch Kohle? Jo, eh mal Kohle. Wow. Naja, vielleicht reicht es ja. So, da verbrauchen wir jetzt mal noch mal. Und hier verbrauchen wir doch hier. Zehn Stück brauchen wir davon. Oh, 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 oh. Achso, wir müssen das jetzt ja noch hinziehen. Boah, brauchen wir jetzt mal... Hultz. Haben wir noch Brenhultz? Boah, hier. N. Ticken Brennstoff hier? So, das ist hier, was? Holzbrett. Holzbrett sagt, da will ich auch nicht. Teiter Bromstamm, wie sieht damit aus? Vielleicht will er die Tür auch. Ach, der hat auch schon Brennstoff drin. Ja, das ist hier, ne? Ja, nun. Zwei Ästchen fehlen. Ach, Mann. Mach den eben Baumstand da und sonst fünf. Unangenehm. Aber vielleicht brauchen wir das ja später nochmal. So. Jetzt bräuchte ich noch ein paar Ästchen. Krieg noch mal ein paar Ästchen hier. Von da hinten. Lalalalalalalalalalalala. Peste sammeln. Pestchen sammeln. Pestchen sammeln. Musst du in grad. Musst du auch grade. Warte, hier unten sind doch diese Stacheldinger noch. Die tun ich. Hier. Ja, das sieht besser aus. So. Wann bis was her hier? Lalalalalalalala. Fünf Stück sind da drin. Okay. Ist jetzt halt so, wie die Welt war, aber... Besser als nix. So, Abfahrt. So, naja, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Kohle und dann... Also, dass der sich da noch nie ein Bein beigebrochen hat, wenn der da über... quer drüber läuft, ist mir ein Rätsel. Es ist mir einfach ein Rätsel. Da spring ich erstmal vor, Alter. Okay. Und Abfahrt. Sag mal. Bring mich jetzt schon auf. Na, mach mal ein bisschen mal den sammeln. So, wie lange braucht der? Acht Stunden geht, ja. Oh, oh, oh. Ja, gut. Dann müssen wir das hier so Ende machen. Lach. Herstellung. Was haben wir denn hier alles? Pfeffahrt, warten, gut bisschen. Naja. Der will noch nie so richtig sagen. Na ja, wachs mal da vor euch. Kinder, du, 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 du. Kinder, du, 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 du. Kinder, du, 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 du. Das sind schon mal... Ach, Mann. vielleicht nochmal nur schlafen so dann mache ich die dinge mal ein bisschen voll das ist bruch voll, dann können wir den ablegen ganz schmeining wo sind die anderen teile davon eigentlich das sind die letzten ja anscheinend Mild hier auch noch zwischendurch zwischendurch pennen hier so das ist fertig haben wir noch Eisen wir haben ja kein Eisen mehr hier weiter schnarch schnarch schnarch